Hallo zusammen, Aizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, sein Steinhavners Herz anzunehmen bei Raza Donnarklaue. Immer zur blauen Gebirge, an dieser Position. 4 Quests waren für ihre Furborg-Familie, Elementarer Einfluss und Razzas Rettung. Quest ist angenommen. Dein Herz getötet. Der ist gleich hier daneben in der Höhle. Und auf den dürft ihr eure Cooldowns niederregnen lassen. Zauber runterbrechen. So, und kaputt ist er. Quest ist bereit zur Abkabe. Wunderbar. Quest ist abzugeben bei Raza Donnarklaue. Immer zur blauen Gebirge, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen, in den Kommentaren, Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.